So, damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Ja, im heutigen Video möchte ich mit euch gerne mal über den jüngsten Preisabfall beim Silber und auch bis zu einem gewissen Punkt beim Gold sprechen. Und Grund dafür ist, dass ich halt mal wieder, wie eigentlich jedes Mal, wenn sowas passiert, gefragt wurde, was macht man da jetzt? Was kann man da jetzt irgendwas machen? Oder wartet man jetzt einfach, bis das wieder vorbei ist? Oder was ist da los? Oder ja. Und da habe ich eigentlich eine relativ einfache Antwort vor. Kommen wir auch gleich zu. Aber ansonsten haben wir natürlich, wie in jedem Gold- und Silber-Talk, so ein bisschen wieder was uns anzugucken. Natürlich gucken wir uns auch die Preise an. Ja, ist natürlich ganz wichtig heute. Speziell eben wegen des Preisabfalls, logischerweise. Und dann schauen wir uns natürlich auch noch an, was es so an neuen Münzen gibt, was eben auch immer eine ganz coole Geschichte ist. Da gibt es nämlich heute wirklich auch eine ziemlich schöne Münze, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und dann sprechen wir nochmal so ein bisschen prinzipiell drüber, wie ich da jetzt darauf reagiere. Also, was ja vielleicht auch für den einen oder anderen vielleicht relevant ist. Wenn nicht, naja, dann halt nicht. Aber ich denke mal, wird ganz interessant und ist auch mal wieder was Neues, was so am Silber- und Goldmarkt passiert. Und deswegen finde ich, ist jetzt auch erstmal nichts Negatives, weil alles, was irgendwie mal eine Bewegung in irgendeine Richtung ist, kann man ja wieder für irgendwas benutzen. Sei es jetzt zum Kaufen oder eben dafür, dass einfach die Werte, die man in seinem Portfolio hat, ein bisschen steigen. Was für mich jetzt noch nicht super relevant ist, aber erkläre ich auch gleich noch weiter. Und ja, da würde ich sagen, starten wir erstmal mit den Sachen, die ich heute mitgebracht habe. Da habe ich erstmal einen 1 Pfund Full Sovereign aus dem Jahre 1965. Sehr schöne Münze, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, ich weiß, die Kapsel ist viel zu groß dafür. Die ist natürlich nicht dafür gedacht gewesen. Aber mir sind die Sovereign-Kapseln irgendwann früher mal ausgegangen und dann habe ich die da reingepackt, seitdem einfach nie wieder umgepackt. Aber wie auch immer, als nächstes habe ich auch noch mitgebracht die 1 Unzen-Variante des Chestnut-Leafs von der Germania Mint. Ja, kennen ja die meisten von euch und das ist hier diese deutsche Wald-Serie, deutsche Laubwald oder wie auch immer die jetzt hieß. Serie, wirklich super schöne Münze. Und die anderen davon muss ich mir dann auch mal noch besorgen, damit ich die Serie dann auch voll habe. Abgesehen davon habe ich auch noch einen 2021er Koala mitgebracht. Wirklich auch eine sehr, sehr coole Münze. Gefällt mir sehr, sehr gut, wie der kleine Koala da auf seinem Ästchen schläft. Und wirklich auch eine sehr coole Geschichte. Und des Weiteren, als letztes habe ich auch noch einen 500 Gramm Silber-Fitschi-Münzbarren mitgebracht. Gute Einlagebarren. Ja, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut durch die Gussform. Muss man jetzt halt wissen, ob man das jetzt mag oder nicht. Es gibt die natürlich auch in der Präge-Variante halt nicht, die Fitschi-Münzbarren. Die gibt es ab 500 Gramm nur noch gegossen. Hat einfach auch, ja, produktionstechnische Gründe. Es ist einfach praktischer, die dann zu gießen. Aber ich finde die 500 Gramm in der Gussform wirklich sehr, sehr schön. Allerdings ist natürlich vom Aufpreis aktuell ein bisschen nicht so toll. Also da würde ich eigentlich aktuell eher auf 1 Unzen Münzen oder 1 Kilogramm Barren gehen, weil die beide so um die 18 Prozent liegen. Zumindest nach dem, wo ich das letzte Mal nach dem Preis geguckt habe. So auf Gold.de und solchen Seiten. Ihr wisst Bescheid. Also, dann würde ich sagen, wir machen auch direkt weiter mit den Neuerscheinungen. Ja, da habe ich heute eine Münze mitgebracht, allerdings in zwei Ausführungen. Und zwar ist das diese Münze hier. Das ist die Antigua und Barbuda Fregattvogel Münze. Also der Antigua und Barbuda Fregattvogel, wie auch immer. Auf jeden Fall eine Münze von der Scottsdale Mint mal wieder, die ja aktuell schon relativ viele solch interessanten Münzen, zumindest für mich, rausbringt. Wirklich eine super schöne Münze, finde ich. Fregattvögel finde ich prinzipiell. Das sind einfach ziemlich coole Vögel. Sehen cool aus. Sind auch ziemlich groß. Und das sind diese, die so eigentlich komplett schwarz sind und unten so am Halsbauchbereich so rot. Vielleicht kennen die manche von euch. Cooles Teil auf jeden Fall. Also die Münze. Und dementsprechend werde ich vermutlich auch auf jeden Fall die Silbervariante mal kaufen. Gucken wir mal. Wegen der Goldvariante ist natürlich schon relativ viel. Also vom Preis her logischerweise. Aber ja, letztendlich eine sehr schöne Münze, die mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Von der Wertsteigerung her muss man dann halt mal abwarten. Aber prinzipiell, ich sammle ja Münzen und deswegen ist mir das mit der Wertsteigerung nicht unbedingt wichtig. Ich freue mich natürlich, wenn eine Münze gut im Wert steigt. Aber ich würde eine Sammlermünze jetzt nicht nur deshalb kaufen. Ich weiß, dass das vielen Leuten auch total viel Spaß macht, damit dann irgendwie Gewinne zu machen. Finde ich auch total in Ordnung. Ja, einfach jeder so machen, wie er das möchte. Ja, Goldvariante habt ihr ja jetzt gesehen. Silbervariante blende ich euch hier auch nochmal ein. Sieht in etwa gleich aus. Eben Silber. Aber nichtsdestotrotz auch wirklich sehr, sehr schön. Und dementsprechend würde ich sagen, wir gehen dann auch gleich weiter zu den Preisen. Blende ich euch jetzt hier. Zuerst einmal würde ich sagen Silber ein. Weil Silber ja im Prinzip das Hauptthema auch heute ist. Also am Donnerstag war das, glaube ich. Heute, wenn ihr das Video seht, ist Samstag. Also da hat sich sowieso nichts mehr verändert mit den Preisen. Heute, wo ich es aufnehme, ist Freitagabend. Am Donnerstag ist der Silber, glaube ich, wirklich 4% gefallen. Zeitweise hat sich dann wieder so ein bisschen erholt. So auf 3,5% nur noch gefallen. Und dann ist es tatsächlich heute, wie ihr hier jetzt seht, nochmal so um die 2% gefallen. Also insgesamt schon ordentlicher Abfall, muss man sagen, von um die 6%. Und wir sind jetzt wieder so um den Bereich um 19 Euro, den wir eigentlich lange nicht mehr gesehen haben. Ja, muss man ganz klar so sagen. Ich bin sehr gespannt, was jetzt mit dem Preis passiert. Aber da gehe ich gleich noch ein bisschen weiter drauf ein. Weil das ist eine interessante Geschichte, über die man nochmal so ein bisschen vielleicht auch irgendwo spekulieren kann. Aber ist interessant. Sprechen wir gleich noch drüber. Kurz noch ein Blick auf Gold hier an der Stelle. Ja, hat sich jetzt heute nicht so super schlecht entwickelt. Ist auch 1,5% ungefähr gefallen gewesen am Donnerstag. Aber ist jetzt heute, hat sich nicht mehr großartig verändert. Hätte mich auch gewundert, ehrlicherweise. Weil Gold normalerweise nur ein Stück weit zusammen mit Silber reagiert. Und sich dann normalerweise relativ schnell wieder an seine normalen Goldwege angliedert. Aber gut, wie auch immer. So ist es jetzt erstmal. Müssen wir erstmal mit klarkommen. Kommen wir jetzt auch gleich zum Kernthema. So ein fließender Übergang hier an der Stelle. Und zwar, was ich jetzt eben angesprochen hatte. Das mit dieser interessanten Geschichte. Es war bis jetzt so, wenn ihr euch den Kurs von Silber anschaut. Den langzeitigen Kurs bin ich euch hier an dieser Stelle auch natürlich ein. Da könnt ihr sehen, dass nach jedem großen Preisanstieg, der normalerweise während irgendeiner Krise war, der Silberpreis nicht wieder zurück auf sein vorheriges Level gefallen ist. Sondern stufenweise immer dann drüber geblieben ist. Was mich jetzt interessieren würde, wäre, inwiefern das jetzt nach dem jetzigen Anstieg, nach der Krise, also in der wir uns eigentlich immer noch groß wirklich befinden. Also ich meine, großartig hat sich meiner Ansicht nach nicht unbedingt großartig was verbessert an der wirtschaftlichen Geschichte, die wir jetzt hier aktuell haben. Aber da kann jeder auch seine Meinung absolut zu haben. Und wenn eure Meinung da anders ist, überhaupt kein Problem. Ja, das ist einfach dann eure Sache und meine Sache ist dann halt ein bisschen anders. Aber nichtsdestotrotz wäre, ist doch eine interessante Geschichte, sich zu überlegen, ob jetzt denn vielleicht dann Silber, das werden wir natürlich dann auch einfach sehen, das braucht man sich jetzt nicht mehr lange zu überlegen, ob Silber sich jetzt auf einem auch wieder höheren Niveau etabliert hat, wie es vor der ganzen Geschichte war, vor dem großen Preisanstieg, den wir jetzt hatten. Also der jetzt nicht super groß war, aber mit dem gewiss, was ich meine. Und das wäre interessant, weil da hätte man dann tatsächlich ein Muster beim Silber, dem man gut folgen könnte, was sich dann auch mindestens vier, fünf Mal, also drei, vier Mal schon bestätigt hätte. Und das fände ich wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte, wo man sich dann auch wirklich fürs Investment und auch für Anlage und was weiß ich noch, was noch für Sachen auch so dran entlanghangeln kann. Wenn man dann so bedenkt, dass jetzt nach der Krise der Preis, ich weiß ich, das muss jetzt nicht stimmen, das sehen wir jetzt über die Zeit hinweg, so um 18, 19 Euro irgendwo einpendelt, dann hätten wir auf jeden Fall eine gute Erhöhung zu dem Preis vor dieser ganzen Geschichte, der ja so, je nachdem in welchem Monat man jetzt geguckt hat, der Preis schwankt natürlich auch. Ich sage jetzt mal so von, das war ja jetzt eine relativ lange Zeit, wo wir keinen großartigen, großen Preisanstieg vom Silber hatten, also sage ich jetzt einfach mal so von so um die 13, 14 Euro bis so 16, 17 Euro. So ungefähr in dieser Liga lag der Preis so über ein paar Jahre hinweg, ja, eben von dieser Zeit an gesehen, wo nach 2008 dann diese wirtschaftliche Geschichte dann auch eben war, wegen der Wirtschaftskrise in 2008 und da hat sich dann ja der Preis wieder auf ein wiederum höheres Niveau niedergelassen, wie es vor dieser ganzen Geschichte war und wenn sich das jetzt wieder bewahrheitet, würde ich sagen, dass man da zumindest in Betracht ziehen kann, das als Muster so erstmal zumindest in Gedächtnis zu behalten und sich daran so ein bisschen langhangeln kann. Fände ich eine interessante Geschichte, müssen wir sehen, ob es sich auch tatsächlich so dann letztendlich bewahrheitet. Fände ich wirklich cool, weil dann hätte man tatsächlich mal irgend so ein bisschen Logik in die ganze Sache mit reingebracht, aber ja, müssen wir sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Zudem jetzt generell, was ich jetzt da machen würde, was man jetzt machen kann, das habe ich auch schon mal in einem Video gesagt, als es neulich schon mal so einen großen Preisabfall gab und das, was ich da sowieso mache, ist ja sowieso, dass ich aktuell nicht viel Anlagesilber kaufe, weil ich einfach sehr viel Anlagesilber habe. Auch weil ich jetzt auch immer noch, nachdem ich jetzt relativ viel auch wieder verkauft habe, habe ich immer noch sehr viel. Ja, und deswegen, ich brauche für mich persönlich jetzt aktuell keines weiter und deswegen tue ich das, tue ich das auch nicht kaufen. Ja, kaufe ich das auch nicht. Was ich allerdings natürlich kaufe, was ihr ja wahrscheinlich alle wisst, sind eben Sammlermünzen, an denen ich Interesse habe, die mir gefallen und die ich für meine Sammlung auch gerne hätte. So, und da tut jetzt eigentlich es nicht wirklich viel zur Sache, dass ich mit den meisten Sammlermünzen, die ich über die Jahre gekauft habe, auch eine gute Wertsteigerung erfahren konnte. Ich kaufe die, wie gesagt, einfach nur, weil sie mir gefallen. Ja, aber das ist natürlich eine Sache, die man machen kann. Wenn man sich auch für sowas interessiert, dann kann man vielleicht einfach, wenn man frustriert ist von der ganzen Sache, das muss jetzt keiner machen, aber es ist nur so eine Sache, die man machen kann. Ja, wenn man frustriert ist von der ganzen Sache und sich damit jetzt nicht mehr unbedingt abgeben will, kann man durchaus auch Sammlermünzen kaufen, wenn man sich für sowas interessiert. Und einem das auch wirklich Spaß macht und man es nicht nur kauft, um damit, weiß ich, was für Gewinne zu machen. So, das kann man, ja, aber nicht mit allen Münzen und das ist schon ein bisschen komplizierter. Geht ganz gut, aber würde ich nicht unbedingt jetzt so eine Art Geschäftsmodell drauf aufbauen. Gibt natürlich viele, die da drin gut sind, aber nichtsdestotrotz, das kann man auf jeden Fall tun. Ja, abgesehen davon, was ich tue für mich persönlich, ist einfach gar nichts. Ja, ich kaufe weiter meine Silbersammlermünzen ein, die ich eben haben möchte für meine Sammlung. Auch ab und zu Silberanlagemünzen, aber nicht aus Anlagezwecken, sondern einfach, weil ich auch bestimmte Jahrgänge von bestimmten Anlagemünzen haben will. Und abgesehen davon tue ich nichts. Warum tue ich nichts? Ja, liegt an folgendem, weil ich mein Gold und Silber ja sowieso nur für den Fall gekauft habe, dass ich irgendwann finanziell in irgendeiner Form irgendwas neu aufbauen muss. Was weiß ich, dass irgendwas sonst noch passiert, was wofür ich dann wirklich in eine Notlage komme und mein Gold und Silber brauche. Dafür habe ich mein Gold und Silber und dementsprechend ist es mir sowieso egal, was kurzfristig mit irgendwelchen Preisen passiert, weil solange ich nicht in eine Situation komme, in der ich irgendwas likvidieren muss, ist mir das wurscht. Und dementsprechend weiß ich auch nicht genau, was man da sonst tun sollte. Also ich meine, ihr wollt ja jetzt wohl nicht ernsthaft, wenn der Preis gerade gefallen ist, wie sonst was anfangen zu verkaufen. Also das wäre wirklich höchstwahrscheinlich normalerweise nicht super sinnvoll, aber das ist natürlich nur meine Meinung. Ja, also an dieser Stelle, kurzer Disclaimer nochmal, natürlich keine Beratung in irgendeiner Form. Das ist eben meine Meinung dazu. Normalerweise ist es nicht sonderlich klug zu verkaufen, wenn der Preis gefallen ist. Das sollte man tun, wenn er gestiegen ist. Andernfalls läuft man die Gefahr, eben Verlust gemacht zu haben. Ich meine, das leuchtet wahrscheinlich jedem ein. Und das wäre auch so das, was ich dazu zu sagen hätte. Verkaufen tut man einfach nicht, wenn es gefallen ist. Da kann man kaufen, ja. Ich meine, ist ja auch irgendwo logisch, oder? Dementsprechend würde ich sagen, Leute, es ist kein Drama jetzt. Es liegt wohl auch so ein bisschen an der Saisonalität, dass jetzt über diese Tage sowieso so ein bisschen Unruhe normalerweise an den Edelmetall-Märkten ist. Hat mir jetzt jemand geschrieben, wusste ich auch nicht so wirklich. Aber vielleicht ist das ja so und dann könnte sich das ja auch wieder die nächsten Tage erholen. Ansonsten wäre ich auch ganz zufrieden damit, wenn es auf dem Niveau bleibt, weil damit wäre dann diese Theorie irgendwo bestätigt, dass der Silberpreis sich dann jedes Mal, wenn er so einen großen Anstieg hatte, auf einem höheren Niveau etabliert, was ich eine coole Geschichte fände. Ja, also dann, was meint ihr dazu? Habt ihr dazu noch irgendeine andere Meinung, die ich vielleicht nicht so ganz jetzt behandelt habe oder gar nicht behandelt habe? Dann könnt ihr mir das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Genauso natürlich wie alles mögliche Anfragen und so weiter und so fort. Das beantworte ich wie immer auch sehr, sehr gerne. Freue ich mich auch wie immer sehr darüber, wenn ihr da mir irgendwas schreibt. Und natürlich würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr das Video bewerten könntet. Wie immer, natürlich, ja, ganz klar. Und natürlich auch würde ich mich auch sehr wie immer darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren könntet, falls ihr keine Videos mehr verpassen möchtet. Dann wünsche ich euch noch eine besonders schöne Woche, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.